Shakespeare in Love ist für mich ein Zurückholen, tatsächlich in die Zeit von Shakespeare. Ich bin ein großer Fan von Shakespeare und es ist eine wunderbare Gelegenheit, sich mit dieser Zeit und der Situation, in der Shakespeare gearbeitet hat, auseinanderzusetzen. Vor einem Monat hätte ich an Henslow liefern sollen, aber mein Talent ist verschwunden. Er muss kämpfen, er muss sich durchsetzen. Das ist eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass er natürlich auf der Bühne steht und sich dabei auch irgendwo präsentieren und durchsetzen muss. Und die dritte Ebene ist, dass dabei eben noch eine private Liebesgeschichte entsteht und in dieser ganzen Melange darüber hinaus ein neues Stück entsteht, nämlich Romeo und Julia. Bei Shakespeare in Love wird gefochten. Einmal lustig gefochten, einmal kräftemessend gefochten und einmal geht es um Leben und Tod. Das sind alles Sachen, die ich mit den Schauspielern einstudiert habe. Auf jeder Schauspielschule haben die in der Ausbildung des Fechten und Bühnenkampf. Da erlernen sie die Technik. Beim Fechten ist es ganz wichtig, bei einer Fechtchoreografie, dass die Technik immer drunter liegt, unter der schönsten Choreografie, dass es technisch sauber ausgeführt wird, dass trotz dieser hohen Emotionalität, die dann auf der Bühne stattfindet, nichts passieren kann. Das ist ein Deutsch! Und deshalb muss man das proben, wie verrückt, dass es im Körper drin ist und dass es einfach abgerufen werden kann. Shakespeare war auf jeden Fall ein genialer Mensch, weil er muss ungeheuer belesen gewesen sein, er muss ungeheuer viel gewusst haben. Die Vielfalt dessen, was er in Szenen gesetzt hat, das Wissen über seine Zeit, über die Menschen, die davor gelebt haben, über die Autoren von davor, das macht ihn einfach zu einer genialen Figur. Ein neues Stück, was ihr wollt. Gute Titel. Den Zuschauer erwarten erst mal zwei wunderbar unterhaltsame Stunden mit vielen ergreifenden Momenten, mit vielen komödiantischen Momenten, traumhaft schöne Kostüme, ein wunderbares Bühnenbild, toll choreografierte Fechtszenen. Also was will man mehr? Ein Riesenspektrum dessen, was innerhalb von zwei Stunden überhaupt noch auf die Bühne gebracht werden kann.